Musik Jetzt sind wir zwei Wochen weiter mit unserem Bauvorhaben. Wir sind jetzt in Woche 5 vor Neueröffnung. Die ersten Küchen sind montiert, die Kochen sind fertig tapeziert. Unsere Techniker befinden sich genau im Zeitplan. Mit Riesenschritten werden die Elektrogeräte, die Sanitärgeräte, die Spülen, das Zubehör eingebaut. Die Küchenwelt Stur wächst mit rasanten Schritten. Mein Name ist Bernd Henrik. Wir sind eine Montagefirma, die Ausstellungsküchen und Komplettausstellungen bauen. Wir befinden uns hier bei Meierhoff in Stur in der Nähe von Bremen und bauen hier gerade die neue Küchenausstellung aus. Wir liegen, denke ich mal, normal in der Zeit, haben noch eine ganz schöne Bergarbeit vor uns, sprich sind noch 60 Küchen zu bauen. Also das Spezielle an diesem Haus wird sein, dass es eine reine neue Ausstellung ist, die in dieser Größenordnung in Deutschland einmalig bisher ist. Der Besucher bekommt hier Neuheiten, die er nirgendwo anders zu diesem Zeitpunkt sehen wird, die erst in anderen Geschäften dementsprechend später platziert werden. Unsere Küchenwelt Bremen-Stur ist leicht zu erreichen über das Dreieck A1, A28, Abfahrt Sturguss-Mackenstedt. Und dann gleich wieder rechts, unser Nachbar ist Bauhauskette, Bauhaus. Aus Delmerhorst kommen, fahren sie, die Abfahrt Sturguss-Mackenstedt und dann gleich wieder links. Dort ist das Kubus-Center leicht zu erkennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017